Willkommen zurück zu Deus Ex. Ich sehe gerade, ich brauche ein bisschen Energie. Und wie versprochen, werde ich jetzt hier unten erforschen. Moment, ich brauche mal eben das hier. Dann würde ich gerne irgendwie verhindern, dass ich nach oben abdrifte. Das geht bestimmt, wenn ich ganz hier unter das Terminal gehe, oder? Ne, geht nicht. Nein! Ja, so geht's. Boah, das war knapp. Zwei Prozent mehr und ich hätte ein extra Tier gebraucht. Noch ein toter Techniker. Dietrich, okay. Um den tut es mir irgendwie nicht so leid. Brauche ich nicht. Ist nichts mehr. Und hier ist irgendwie sonst auch nichts. Verdammt. Das hat sich ja irgendwie nicht so wirklich gelohnt. Und die drei Multitools und das Atemgerät für einen Dietrich auszugeben. Ich hoffe mal, den Schlüssel kann ich irgendwo verwenden. Wenn nicht, wäre das doch sehr ärgerlich. Oder, warte mal. Ne, Blödsinn. Was mache ich denn hier? Ist das... Ist das da unten, der Wartungsraum? Habe ich da jetzt gerade Unsinn gemacht in den Multitools? Kann ich die Tür direkt aufschließen? Nein, kann ich nicht. Okay. Alles gut. Ich habe nichts versaut. Äh, wie dem auch sei, da unten reinzugehen, das lohnt sich in meinem aktuellen Zustand einfach nicht. Also, mit Zustand meine ich meine Fähigkeiten, Multitools und so rumzugehen. Ähm. Ich frage mich allerdings, wo ich diesen Schlüssel verwenden kann, um reinzukommen. Für den Wartungsraum. Ist das... Ne, das war drüben Security, nicht das andere Gebäude. Was ist denn der Wartungsraum? Oder ist... Okay, das könnte auch da vorne sein, hinter den Laserschranken. Ah. Dann versuche ich einfach mal hier... Hier durchzukommen. Ich frage jetzt nur, wie schaffe ich das? Ich will nicht schon wieder meine Multitools ausgeben. Ich habe nur noch acht. Ähm. Ich probiere mal was. Komme ich denn damit da durch? Nein. Das funktioniert nicht. Funktioniert das damit? Ja. Wunderschön. Und hier ist radioaktiv. Ähm. Was ist das da? Ach so. Da komme ich auch nicht durch. Erkenne mich runter. Aha. Ich verstehe. Allerdings verstehe ich nicht ganz, wie ich da von unten hätte hinkommen sollen. Ach so. Nö. Blödsinn. Das ist einfach ein Weg außenrum. Um diesen Schlüssel... ...ohne Multitools finden zu können. Oh, was war das denn gerade? Ich gucke mich erst mal da drin rum, ne? Ja. Das geht von hoch. Das ist fein. Da kam ich gerade her. Da unten war ich gerade eben. Kann ich da jetzt tatsächlich... Ne, kann ich nicht. Okay. Allerdings habe ich das Gefühl, hier ein bisschen gefangen zu sein. Okay, so geht's. Da unten ist dann wohl die Strahlung. Die gefährliche. Aber indem ich hier oben lang gehe, bin ich da wohl relativ sicher. Ich schätze, dass da unten ist der, den sie geschickt haben. Vor mir. So, wo ist der Roboter? Zeig dich. Spinne. Hä? Warum komme ich da nicht durch? So, geht doch. Wo ist die Spinne? Was ist die Spinne denn? Ich höre sie doch. Hm. Ich würde gerne da runter. Ähm, gucken, ob er irgendwas dabei hat. Klappt hier allerdings nicht. Ah, da drüben. Ich sehe sie. Hey, da durch. Okay. Ich will die Tür öffnen. Nein. Noch eine. Ah, da unten. Ich muss ein bisschen zielen. Das mache ich mir am besten mit statischen Objekten. Geht doch. Noch mehr Treppen nach unten. Äh. Ih. Schon wieder irgendeine Falle. Das ist blöd. Vier Tools. Äh. Nö. Vergiss es. Dann gehe ich mal lieber noch ein bisschen nach unten. Gucken, was mich da so erwartet. Äh. Yay. Doch so viel. Medikit. Näh. Medikit. Näh. So. Gut. Ich muss ja nicht da durch. Ich kann ja auch einfach hier runter hüpfen. Vielleicht hätte ich Tempo-Bus nehmen sollen. Egal. Widrig. Yeah. Das ist praktisch. Nein, 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 nein. Das war blöd. So ist besser. Es geht nicht darum, die Kisten zu zerstören. Es geht darum, an den Inhalt zu kommen. Aha. Da ist Strahlung. Hehe. Und da habe ich gerade Schaden gekriegt. Ich habe 62 Punkte. Achso, ja gut, klar. Von den Robotern und der Strahlung gerade. Jetzt schnell hier durch, damit ich keine Strahlung abkriege. Ah, und jetzt bin ich auf der anderen Seite von diesen Lasern. Wow, was ist das denn? Achso. Das ist wohl die Luke, die diese Laser da geöffnet hätten, wenn ich durchgelaufen wäre. Mann, war ich gerade blöd, einfach das Ding zu eröffnen. Oh mein Gott. Mir fehlen sieben Heilungspunkte. Hm, naja, passiert. Das kann ich jetzt hochfahren. Okay. Achso, ja, natürlich. Damit kann ich jetzt dann oben über den Abgrund rüber. Klar, logisch. Problematisch wird nur sein... da rüber zu kommen. Aber da habe ich schon eine Idee. Kann ich den da nicht schieben? Nee, kann ich nicht. Aber den da kann ich schieben. Okay, ich glaube, ich weiß, warum dein Medikit lag. Ach, komm schon. So, ich schiebe jetzt nämlich diese Kiste hier hin und dann könnte ich die Plattform auf die mittlere Ebene schieben. Und dann auf die mittlere Ebene hoch und die beiden kleinen Kisten mitnehmen. Und damit dann ganz hoch. Zumindest stelle ich mir das gerade so vor. Scheinbar klappt das so nicht. Gibt es drunter irgendwas? Nee. Okay, was habe ich da jetzt verbockt? Warum genau? Wie genau habe ich da jetzt die Kiste drauf geschoben? Also rein optisch steht die ja nebendran und nicht obendrauf. Aber gut. Die Wege des Herrn X sind unergründlich. Hey! Was zur Hölle tust du da? Dann eben auf die harte Tue. Mir doch egal. So. Geht doch. Wenn ich den Spaß schon habe, dann benutze ich ihn auch. So, da komme ich her. Da will ich hin. So. Das war der Krampf. Ein Muttertool. Und ein Schlüssel. Und ein toter Wissenschaftler. Ich werde ja gerade die ganze Zeit mit solchen Erfahrungspunkten zugeschissen. Dreieinhalbtausend. Damit könnte ich meinen Raketenwerfer-Skills trainieren. Ich könnte mein Gewehr trainieren für das... Das würde mir beim Snipern und mit der Schrotflinte was bringen. Japp. Gekauft. Was war das denn gerade? Levelwechsel durch Tür öffnen. Okay. Das ist neu. Ich dachte, das kommt erst, wenn man... ...tür öffnet. Ahaha, das ist die andere Seite. Das ist doch jetzt nicht wahr. Dort kann man nicht durch. Wie ätzend. Wie ätzend. Ach, das ist diese Tür. Warum bin ich nicht einfach wieder reingegangen? Hä? Moment. Ne, das Kontroll... Ach, natürlich. Ich habe den Schlüssel für den Kontrollraum gebraucht. Das ist der da oben bei der Wissenschaftlerin, nehme ich an. Natürlich. Meine Güte. So ein Riesenumweg. Nur für einen Schlüssel. Das kann man auch öffnen, ne? Das heißt... Das heißt... Moment. Moment mal auf. Hey, mal auf. Äh. Gut, dann halt nicht. Das da... Ja, natürlich. Nicht jetzt mit dir reden. Nein. 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 Kein geheimer Tresor hinter dem Bild, scheinbar. Ich kann nicht länger überleben. Hilf mir, um einen Millnet-Axzess zu bekommen. Ich muss attacken. Ich muss attacken. Es wird spannend. Und wenn mich nicht alles täuscht, bin ich bald durch mit dem Spiel. Das sieht so aus. Jakob sah sie an und erkannte die Reue in ihren Augen. Sie warf den leeren Revolver auf die Leiche und nahm das Geweh in die andere Hand. Blabla. Äh, Moment. Moment. Der hat Vollständigkeit halber. Ähm... Sicherheitssystem. Ne, das war das Tunnelsicherheitssystem. Sicherheitssystem, Kommandogebäude. Da bin ich doch gerade, ne? Command. Zebra 42. Allerdings ist das hier natürlich das Falsche. Es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit, wie man ohne Hacking-Skills da reinkommt. Die würde ich gerne gerade finden. Weil... Ich das gerade zu einfach fände, mich da einfach reinzuhacken. Wie gesagt, ich glaube, das Spiel ist hier bald zu Ende. Und dann möchte ich doch bitte an dieser Stelle mir einmal... ...den vollen Luxus... ...gönnen... ...zu erforschen. Ist das der da los da drin? Also, ne? KI, Computer und so. Es muss doch hier irgendwo die Zugangsdaten geben zu diesem Computer. Wer bist du? Mr. Carter. Hey, der! Ja, sie rand den alten Hund raus. Du warst verabschiedet? All of us careertypes. Sie wollen Cadets, die noch nie sind, außer UNATCO und der UNATCO Academy waren. Ich glaube, es ist leichter zu gestalten. Zeit, hierher zu kommen und eine Hand zu geben. Ich wusste, was Savage gegen uns war. Ich wollte es nur nicht sagen. Es ist ein Honour, Sie uns mit uns zu haben, Sir. Okay, genug blöden unsere Augen aus. Wir haben Arbeit zu tun. Ich wollte nicht sagen, dass UNATCO korrupt sein könnte, aber endlich... Weiß von euch zufällig einer den Zugangscode? Wir sahen die Krieg durch die Kameraden. Ich kann nicht glauben, dass du es ausfälligst. Gary möchte dich sehen. Du hast unsere Leben saved. Dr. Savage möchte dir bedanken. Das bist dann wohl du, hm? Ich bin Dr. Savage. Ja. Danke, danke. Wir waren nahe, dass du zurückgekehrt, als du land hast. J.C. Denton. Ich arbeite mit Morgan Everett an den Illuminati. Er hat eine Verkaufelung für die Gräte Todes. Und wir haben es versucht, um Zeit auf deinem UC zu produzieren. Everett hat mich gerade vor dem Angriff. Natürlich, wir produzieren die Verkaufelung. Als die Computer zurückgekehrt, dann bekommen wir eine Unternehmung für die UC. Wie nahe sind Sie bei der Operativen? Meine Mutter ist auf eine Expedition in den Ocean Lab, um zu finden, um eine Schematik für die Unternehmung zu finden. Aber Gott weiß, wann die Computer wird wieder zurückgekehrt. Es war verletzt während der attack. Ich habe ihn. In addition zu der UC, Everett und ich brauchen deine Verbindung mit dem Milnet. Ja, er hat gesagt etwas über eine Artificial Intelligence, die Echelon System. Something called Icarus and Daedalus? Another attack happening as we speak. I'll explain later. Well, the main terminal is in the room with the top of the stairs. Login G Savage, password Tiffany. I'll open the doors. I would say it's too dangerous. A lot of damaged equipment and hot power lines up there. But until the computers are up, UC is just a box of bolts. It won't be easy getting back there. We lost nothing critical during the attack. Was ist das für eine Maschine? Wow. Ich glaube, es ist nicht verrückt, ein paar Kröcke in einem Ort, die von Sicherheitsproceduren beschädigt werden. Eine Schmerz der Sekretärung. Es beschädigt indiskriminierend. Ich traue mich da nicht rein, mit den ganzen Blitzen. Das ging schon mal so schief und hat mich plötzlich getötet. Moment, da ist auch nichts. Oder ist das gar nicht der Computer, der in Frage kommt? Ach, Mist. Na komm, dann hänge ich halt eben doch rein. Das ist doch nicht, äh, wahrscheinlich nicht der Computer, von dem ich aus Milnet zugreifen muss, sondern ein anderer. G Savage. Wir müssen reden. Area 51, okay. Gut. Äh, wie komme ich jetzt an diesem Elektroschockzeug vorbei? Die kann mir immer noch nicht helfen. Oder ist vielleicht der Bot da unten genau dafür da, weil mir die Blitze vielleicht auch nur Energie abziehen? Könnte das sein. Da komme ich immer noch nicht rein. Na gut. Dann bin ich jetzt einfach mal mutig und stürme da rein. Ja, natürlich. Da kann man es ausschalten. Nö, sehe ich gar nicht ein. Komme ich jetzt da hoch? Ah, hier. E-Mail, äh, die hatte ich schon. Dann, äh, mit Milnet verbinden. Yeah. Ach, jetzt ist der Strom auch aus, okay. Hi, Al. Wie? Ich verliere Daedalus. Ja. Hör auf, ein paar Dinge. Hör auf, ein paar Dinge. Du hast es vergessen, das Aquinas-Protokoll? Ich war über Daedalus allgemein. Warte. Die AIs sind, die sich verfolgen. Und ich habe noch eine Überraschung, Denton. Find Savage in der Kontrollruppe. Ich habe eine Anrufe. Ja, irgendwas lief ja gerade nicht so, wie gewollt. Die AIs sind nicht so, wie gewollt. Die AIs sind alle hier.